ach so hotel selina das geht es geht das stand da und dafür scheinbar ja ich habe mich gerade noch 20 minu hingelegt und sie macht es so spät nicht ich habe mir eine neue testatur geholt und dann habe ich mir gedacht wo die könnte ich doch voll gut auf mein notebook packen weil wenn ich die anderen müssen nicht nutzt aber das stört nicht weil stört schon meine ich weil der triggert ist ja die testatur darunter also ja wie ich es schaffe die testatur zu deaktivieren der erste tipp war einfach in der h geräte manager zu deaktivieren ja da hätte ich nicht geklappt ja dann sollte ich den europa dafür neu starten habe ich glaube gut starten schnell neu ist ja nicht stimmen habe neu gestartet naja ich kann mir halt immer noch nutzen ja genau was ist das denn man ich war da schon längst weg zuerst hat er mich hätte der band gekillt und dann wohl schon längst weg merkt gerade ich sterbe gerade auch nur ich muss glaube ich auch erstmal reinkommen mit der lachter hallo bett sie dich als ob ich nicht getroffen habe ich weiß okay muss ich nicht verstehen ich bin da literally vor mir aber erzählt wohl nicht und dann wieder also das ist das heute ist ja so dass wir jetzt brauchen und den gegner treffen muss ich muss sagen es geht eigentlich schon besser hier also ich bin dass ich gespielt hat heute das erste mal seitdem also keine ahnung hauptsache meckern hier so so ich bin da du hast ja gesehen dass der letzte wie vor dir stand das ist nicht eigentlich anstatt nicht getroffen habe ja nicht gut würde ich sagen da hinten das orange beim zelt sie ist das war da unter rechts mal da jetzt ich habe auch schon überlegt ob ich die anderen kopfhörer nehmen weil ich habe zwei verschiedene kopfhörer dabei wenn es richtig rotzig ist kann ja auch die anderen einfach mal ausprobieren aber die wo ich jetzt rauskam ich habe diesen bisschen besser kein stream selina selina war schon länger nicht mehr da gewesen aber also so halt auch gekämpft aber selina ist bei ihrer oma aber hätte sie auch mal sagen können ja habe ich zwar mehrfach aber ja so war was auf instagram stehen oder im discord oder sowas wenn es schade ist es einfach immer so an alle fragen sich wo sie alle machen sich sorgen fragen mich sie kündlich nicht wo selina ist aber aber selina sagt einfach nichts das ist meine oma weiß gar nicht dass ich bei ihr bin gibt sie überhaupt das ist mein stück nirgendwo auf wo da war viele bomben auf einmal belegen ob ich für das größte ninja das kultur machte und mir meine effekte reinpfeifen aber ich finde es wirklich sehr cool ist eigentlich mit meiner mein lieblings irgendwie machen warum aktiviert er der wort nicht man so eine scheiße nein man ja ich muss ja ich glaube ich echt ins gründer reinhauen hast du eine ausrüstung damit oder müssen wir gleich raus ich habe ich habe ja das hat zwar keine guten effekte glaube ich drauf sondern irgendwie random stuff aber ja das ist ja ja so viele menschen ich habe doch einfach geht ein bisschen belastend aber es ging eigentlich am ende hätte man das von anfang an ich habe ich bin ich bin ja schön für dich nein und kommt so auf einmal her längstens 223 nein wo vor sich sebastian oben da könnte ja mit der bombe oder service ok cool ja ich hab angst nein das heißt er steht oben auf dem tor man hat mich erwischt hat ich sterbe einfach nur kommen der war hinter mir mann da war dann nicht so gerade noch so ich bin tot was mich sterben lassen du bist weggegangen und ich wurde erschossen ich habe den ninja dings aktiviert ja gar nicht garantiert hinterherlaufen irgendwie läuft das noch nicht so gut wo habe ich hingegen kartoffeln dass du mich hat das a schon irgendwie so überrascht ich habe jetzt auch nur das a im kopf gehabt das hat so im auge gestochen mit der auge na also ist ja richtig da ist doch allerdings sebastian ja sebastian hat mich immer noch sie passt ja nur dann die zwei james und zwei lustig er hat ja voll lang gelebt der arbeit solcher und machen auf der rechten seite also die dings wurde genutzt war die was oder kommelschwepper von naribu ja du brauchst jetzt glaube ich ein bisschen länger nicht aufzufüllen und zehn punkte das war so ja genau selina wir noch geletzt ist ja es richtig ich wusste nicht mehr von welchen genau ich wusste nur noch man als ob wir sind einfach überall ja richtig rotzig heute er ist so ich habe das gefühl ich bin er die ganzen klopter ja aktuell schon wieder sebastian bieter und das kann natürlich auch sein wobei die sind jetzt nicht schlecht ich habe versucht einfach mal rüber zu gehen weil ja alle vier bei uns sind aber selbst das schaffe ich nicht dafür bin ich einfach bewusst ich habe bis jetzt auch noch niemanden töten können habe ich schnell der doch einer wir stecken ja krass gar keine chance ich kann ja jetzt nicht nur gegen diese über pros zocken hier was ist das denn also wenn jetzt nur noch über spieler da werden ich habe nicht geguckt wer gegen wen wir spielen aber gegen die haben wir schon gespielt oder? ich kann mich zumindest nicht daran erinnern dass jemand auch den pinsel hat wäre clever haben wir denn niemanden der zum beispiel oben bleibt und guckt jetzt in der basis reinkommen ich bin ja da oben bleiben ja dann kam er mal ich bin ja da oben dran Pinsel ist auch auf dem turm mhm ich bin jetzt wieder nach rechts gegangen links ist seine junior kinder kommt bei uns hoch wenn sie habe ich als ob der richtigen 2 schon kommt einer das bringt wer der pinsel will wieder zu uns rüber man als ob der pinsel prübeln so was dummes aber auch selten ziemlich der wollte unbedingt zu mir springen und verrät uns damit beide weil ich mich gerade mitten im kampffeld vorbei liegen wollte sieht man natürlich sein super sprung dingen und wir sind einfach komplett umgeben von rosa tinte ich könnte auch mal zu den gegnern oder so müssen wir gucken dass wir die mitte kriegen das geht ja gar nichts hier ja der springt schon wieder zu mir was ist mit dem los kann ja nicht einfach normal in den kampf reinkommen wie jeder andere auch nehmen der am weitesten vorne ist naja es ist ein fluch meinst du pikachu das kann natürlich auch sein naja im endeffekt die neue tastatur jetzt immer noch nicht aber die du kannst hier alte also die am laptop selbst war sie nicht deaktivieren richtig damit ich würde gerne die alte die neue auf die alte legen damit sie halt das ist eine rolle noch was sollst du deine vorsicht beim fehler bei uns kommt einer durch ja habe ich oder zieht sich damit ok wo hauelt sich keiner die energie drink bei sich oben ist einer oder einer habe ich mit der kugel jetzt sind alle bei sich rechts kommt einer pinsel schild in der mitte und die aufgestellt nein aber für sich links und das blöckling von links unten ist danach der rolle ist in der mitte der hat wieder zurück wo sind unsere leute ich versuche mal von der seite zu kommen warum kästen wir die nicht eigentlich ein selina von links von der mitte sechs blöckling das war noch zweitens hatten wir auch mal die andere mit endlich er sieht schon mal deutlich deutlich besser aus was wir runden davor kann jetzt zwei zu uns rein was gesehen habe ich auch nicht mit bekommen also ich bin dann längst rum lang sowie der plan war und doch der haribo das ist das logischste so Ja, oben ist ein Pinsel. Ja, Pinsel habe ich. Wie so ein Schutzschild. Ja, unten ist ein Roller. Ja, auch einen habe ich. Ja, rechts ist noch ein Bogen, war auf deren Seite aber. Oh Gott, Roller ist auf den Traum gekommen. Hat auf den Traum ein Schild gestellt. Ja, genau. Ja, genau. Pinsel kommt wieder rüber. Ja. Pinsel down. Mann, okay. Der Bogen. Der Roller ist da auch. Jawohl, Doppelkehr. Einfach Bombe werfen. Wert von euch Bomben zum Werfen. Ich werfe die auch die ganze Zeit. Aber am meisten verfeucht ich Leute damit nur. Ja, reicht doch. Das ist ja ganz gut auf dem Punkt. Da kommt ein Roller rüber. Pinsel. Ja. 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 BTF, als ob wir noch ein Schutzschild aufstellen. So, die. Ah, okay. Die haben zwei Roller mit Schutzschild. Ja. Und der Roller. Ja. Roller geht wieder raus. Ja. Scheiße. Ja. 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 ein jetzt ist durchgehend gucken wurde ja nicht nicht so eine scheiße wieder aus ja ja nintendo ja dann ist aber kein wunder dass wir das gewinnen kann was ist als ob kammer kommt von rechts vorsicht ja habe ich das versteht rechts bei denen ein schuss und ich bin tot genau da scheint dass ich dich von uns gleich mit der special Wie viel heilt er denn aus? ja haben wir es vor dem form nein mann als ob wir sind zu zweit rechts ich habe den doch getroffen ach Gott, ja komm, kann ich vergessen Cypher steht auf dem... ok Cypher ist zuhause füllen mal deren Grace ein hmmm, ah fehlt nicht viel, alle anderen sind auch tot was hat er gut schade wow hat gelangt so unverdient aber ich weiß auch nicht was das gerade ist ey ich muss das nochmal aufnehmen, weil ich poste gerne auf Twitter, dass ich ihn reporte ja ich habe ihn jetzt auch reportet ja ich denke, wenn da drei Meldungen reinkommen, dann sollte das hoffentlich durchgehen ja ne ne du hast gerade noch daneben ne 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 ja wo stand er dann direkt hier bitte mit der mitte des feldes da warst du auch noch ein bisschen also jetzt gerade war ich recht wir haben ja du bist ja jetzt lang gegangen und nicht naja panzer kommt sonst durch nein damit ein hydrant seit wieder jemand keine ja ich habe es war ja schön was jetzt ja genau auf wo ich bin echt nicht so gut mit dem rolle ich der andere ist einfach besser heute wir sind da gewesen voll von den strahlen getroffen aber stirbt nicht weil noch einer sich und die kommen jetzt alle links von mal verschwieren so okay on your way that's nice but first you have to send me a friend request es wird erreicht ja aufstiegskampf ist voll banal habe ich keinen bock drauf aktuell muss ich sagen auch wenn ich auch nicht immer die leute sich um ich mal so 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 ja genau wird muss ich die treffen achte steht direkt vor mir war zweites links band schwarzer und roller ja immerhin den roller ist noch ein bogen ja rechts ist die wanne die ganzen kisten hier waren damit es oben kommt von links ich weiß nicht oder ist nicht irgendwie weiß ich nicht roller und oben links an jetzt kommt er wieder richtung mit uns getan ist auch da hat sonst hoch dann ist einfach was ich war da kommt Ja, links sind auch zwei. Belastend. Ja, nice. Ja, schnapp. Schaddi. Am Anfang sind schon ein paar Kisten oder so, ich wollte einfach mal Tintel rein schließen um zu gucken, was ich davon einfärben kann. Nichts. Das ist richtig. Das war mir jetzt schon wichtig. Ich habe zwar richtig gesagt, aber okay. Achso, richtig. Oh lol. Ja, ich habe... Ja, es ist okay. Was hast du denn verstanden? Richtig. Achso. Ja. Oh, wow. Ich dachte schon, ich bin tot. Das ist ja noch einer. Rechts ist noch einer. Na, rechts ist auch da. Aber da sollte noch einer sein. Vorsicht, warum bin ich? Ja. Ja, genau. Da sind drei Stück auf mich, ey. Als ob. Nein, das ist scheiße, ey. Es liegt nur die Insel. Nur die Insel. Irgendwo. Also zu dritter. Let's go. Ja. 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 Ja, die anderen kommen gleich wieder. Wow. Von rechts. Hm. Gehe ich halt links. Ja. 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 Dieser hat jetzt drei Hits schon überlebt. Ey, was muss ich denn noch machen, dass er kaputt geht? Kran. Einfach krank, ey. Ich verstehe das nicht. Ah, einer kommt durch die Mitte. zwei gleich. ich würde nicht sagen ich probiere waffen aus aber spiel aktuell die meisten immer so zufällige waffen so ein bisschen wieder 0,1 das ist heute los ganz herzlich warum sind wir denn heute so schlecht sonst immer schon besser wenn wieder damit ist die ein sap stimmt gott zurück sagen wollen wir dieser enden ding ist das ist keine ahnung der funktioniert nicht nicht so wie ich mir vorstelle wie oft muss ich denn einmal abschließen dass er stirbt gott die kam alka zu uns hoch kugel nein ja genau wer blaster nicht der voll gut gewesen hätte einfach einschießen können aber ich habe erlebt nur noch einer okay sind wir noch einer ich habe zwei erwischt mal also wenn ich nicht nur zu kasse ich nur noch dafür um hier ins gegner schön gebiet rein zu gehen er jetzt in sehr furchtbar hat mich der macht keinen schaden der rolle der rolle ist einfach schlecht der ist so furchtbar ach gott die endzeit bis dahin ne all überrasch war das der rolle ist in der mitte und da springt wer ja ich guck mal dass ich von hinten unterstütze aber gut das bringt nichts wenn die alle kaputt gehen dann ich weiß auch nicht sondern ich weiß nicht ja mal gucken aber sie denken das glaubt ja 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 wohl besser so schön ich habe erst gedacht ich hätte heute zum dritten mal wieder den einen roller aber das war letztens der flieger bb-boy, 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 bb-boy jawohl, selge den bogen, Momo gerade, sehr gut, sehr gut machen mit Momo ja, der slifer steht oben auf dem zelt ja der bogen aber auch der bogen aber auch naja, färbi ich mal unsere basis ein ah, sebastian, in der mitte, vorsicht wow, ich hätte die bombe nicht gesehen äh na, man, ich dachte ich, man, wo war die scheiße nie hell, ey sniper links, in der mitte sind zwei und ja genau, genau, ja wohl, sehr schön ähm, vorsicht, der sln ähm, yeah Wir sind nur noch der Burgen, der ist da oben. Vorsicht, hier kommt eine Haribo. Ja, habe ich. Von rechts? Ah. Bogen ist wieder links. Bogen auf dem Turm. Das hat mich leider erwischt. Ich würde sagen, als ob der jetzt nicht kaputt geht. Ja, nice. Ja. Ja. Selina noch da? Scheint nicht. Zumal das hat man sie nicht im Voice. Oh, die mehr wieder. Woher? Ja. Mhm. Selina versucht es glaube ich mit dem Voice zu regeln. Sie geht gerade rein und raus. Hm. Ja, ist egal. Sollte ich nicht jetzt machen. Äh. Finzer kommt in unsere Base rein mit seiner Special. Okay, das ist wieder zurück gesprungen. Was? Okay. Und hey Maxi, was geht? Alles gut bei dir. Bock mitzumachen. Hey Maxi. Ach, der Sniper steht rechts. esta es istator. Ah, der ist läuft verd tote estructural. Oh jetzt ist ja noch so eingegangen. Oh nein. Und das ist dann los по sete hom accountability. Ob起 Māку zu verlieren. Ah. Wenn das noch ein rest egoOW, dann retrouve dich. Oh nein und 다시 ins estouvor today. Oh nein. mach mich gerne,Blackita das essen. completa ist eine Masere, würde die healing auch rausz. Oh nein. American? so, mal gucken, vielleicht gehen wir hier Ach man, das Sniper steht schon wieder da rechts bei den versessenen Rundglücker nicht verspinkt man Ja, Havi Nice Oh Gott als ob wow ok ich habe noch mal hier ein bisschen ein sind sie auf deren Gitter nein shit ich bin in der base ich habe ein bisschen was geht war mit ein bisschen schwierig zu fern es geht das bin ich das bett kommt drauf an was wir machen das immer mit abstimmung sonntags also wir fangen mit Mario Kart jetzt an diesen voll random einfach aber gut ok ich glaube jetzt hast du glaube ich auch kurz rausgegangen das ist immer nicht zu zweit vielleicht jetzt gott neu starten oder so ach die Swing haben wir gebraucht nein mann Metti gut dass ihr uns eh nicht hört sie hat doch bestimmt den Stream offen ach so ah cool Kugel ja komm nein also ach so hör euch nur ihr mich ne ja tscherl ok 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 ja komm kuckuck jane anno das geht als ob das ist ein maler es geht wieder über das handy rein ja das wäre doch clever vielleicht lag es daran wenn sie wollte wieder mit dem handy rein das heißt wieder überraschung zu preuß nein da kommt vielleicht noch wer von rechts als ob ich den pinsel nicht treffe was ist das das leben nur noch der rolle das ist eine mitte sind gerade raketen hallo hallo ich hatte selina nein doch ich auch also ich bin mir sehr sicher ich war kurz im überlegen zu spielen weil ich ja den diskonzept weil einer treu oder so zu tun als ob da keiner wäre oder so weil ich kurz am überlegen kann ich dich anschauen naja gut dass es wieder klappt ja hier wollen wir leider gemacht nervt mich oder 150 so irgendwie in dem bereich ich habe keine ahnung ein anderes ding lustig weiß nix jagen die augen natürlich als ob er mich einfach wegkommt aber jetzt bin ich wieder in der lobby drin ich muss ja überhaupt ein bisschen mit dem match fertig sind naja platsche ich merke schon ob ich selina sagen soll dass ich nur noch ein match machen kann und dann ticket brauche oder soll ich lieber warten bis sie sind hallo nein quatsch ich kann dich hören ja so wüsst du nicht na Matti hat er wieder aus Versehen laut gedacht eigentlich wollte er gerade seine gedankliche erzählerstimme wie wie Ski Hulk in der serie ey oh Gott die auf einmal mit dem publikum geredet hat er das war mal so strange das hat mich mal so rausgerissen ja wie gesagt mich jetzt irgendwann nur noch ja vielleicht hat es mich deswegen nicht so genervt weil ich auch ein auch mit irgendjemandem redet guck manchmal irgendwo hin wo eine kamera ist und dann rede ich mit den leuten ich weiß nicht was das mit meinem laptop ist manchmal funktioniert mit discord manchmal nicht jetzt hat sie random zwischen aufgehört zu funktionieren der witz ist ich höre dann halt alles aber mich hört halt keiner mehr also irgendwie erkennt er da das mikrofon nicht mehr verstehe du witzig das ist voll komisch ja genau jetzt 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 richtig ich hab plötzlich ein debuff bekommen anschein obwohl gab es ein update während des matches ey instant kein schaden mehr aber die gegner ne direkt one hit naja alle waffen von den gegnern ähm wurden einfach bevorzugt jetzt brauchen kürzer für alle spezialfähigkeiten machen auch generell mehr schaden und alle waffen die ihr habt sind einfach äh richtig downgradet worden mit dem update ich merke schon ne gar nicht ah mittlerweile zwei der bogen wow ah schade da wird nicht wie kann das denn sein wie kann das denn sein wie kann das denn sein die 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 Oh, Raketen. Mann, ey, dieser Sim-Karten, die funktionieren doch nicht einmal, ey. Ja, genau, natürlich bin ich tot. Hä? Was zur Hölle? What the fuck? Na gut, ich glaube, ich glaube, jetzt erst mal Special auf. Ja, furchtbar. Mach ich auch immer und dann sterbe ich. Es gibt so viel, dass ich hoffe, die wird immer gebracht, ey. Wow. Andersherum ist ja nicht meines Bestandes. Oh, Scheiße. Oh, Lina hat mich eigentlich nicht beschützen können. Sie steht auf dem Turm und sieht alles. Außer den einen, der da bei mir steht. Die rosa rechte Seite. Hallo, ich bin nur auf den Turm gegangen, um hier oben Sebastian zu zünden. Ach so. War alles davor oder danach? Keine Ahnung. Und Sebastian guckt bekanntlich auch nur in eine Richtung. Ja, das stimmt. Und zwar nach unten. Unter dem Meer. Wow. Kannst du nochmal sterben, bitte? Ja, soll ich wunderspringen? Ja, genau. Mach schon wieder Raketen. Ich hab den anderen Roller umgebracht, zählt und auch, weil der hat ja einen irgendwie Roller gehabt. Ja, das ist schon richtig, aber da ist wer. Das spricht auch noch da. Was ist? Als ob sich der, äh, der Pinsel erledigt, obwohl die ganze Zeit drauf schwappst, ey. Nein. Also ich hab den einen Roller da erst mal voll umgebracht. Oder den einen oder noch mal. Ja, als ob die jetzt voll aufholen, ey. Seh ich nicht an. Mann. Nein, wir werden eine Bombe werfen. Und, haben wir noch wieder gut zurückgefärbt, oder? Ja, doch voll. Sehr schön. Das sieht doch okay aus. Sebastian hat nur Augen für Silly tröd, aber Silly tröd ist Sebastian. Vielleicht ist Sebastian einfach ein Egoist. Oha. Was? Das geht doch nicht. Doch. Seppia. Schon wieder? Ja, zumindest immer noch P-Stick. Seppia hat mir eben auch gehabt, ne? Mit einem P-Stick. Hm. Spielen wir keinen Splatgen 3 mehr. War eigentlich gestern mit Rachel. Ich hab gestern die Rachel irgendwie gefunden, ne? Ja. Ja, ihren Ring. Aber in Diablo? Ja, ich wollt grad sagen, ja. Ja, ich hab Rachels Ring gefunden. Ach so. Nein, Mann. Wie soll's Mettgesprächen? Hättest nicht länger überleben können. Äh, schlechte Nachen. Ja, ich seh schon. Ja, ich seh schon. Ja, ich seh schon. Ja, ich hab mir das Special aktiviert. Ach so. Du hast gesagt, ich soll sterben. Ja, doch nicht jetzt! Ach so. Ja, weiß ich doch nicht. Weiß ich, ich hab nur getan, was du wolltest. Du bist nix zufrieden hier. Ja, richtig. Ist nicht gut genug. Nein! Rechts ist aber noch. Da unten. Harry hat wieder seine komischen Asiaten-Ansprüche hier. Echt mal echt. Verdammt. Wie? Bin ich da gestorben? Okay. Ich hab gestern mal so wieder ein lustiges Video gesehen, was ich euch eigentlich nochmal shitten. Was war das denn? Wie oft muss ich den bitte noch abschießen? WTF? Wir sind in der Rennbar. Oh shit. Ich schütze dich. Wow. Du hast mich nicht beschützt. Ich wollte gerade zu dir kommen. Aber dann bist du gestorben. Hinten in der Ecke? Ich war auf dem Gitter. Ach so. Ach nee, das war der Random. Entschuldigung. Die hat nicht angenommen. Verwechselst du nicht, ey. Aber hat der Random noch nicht meinen Reißhut auf? Hä? Aber das wird mir mal verkarrt. Ach so, nee. Das ist, äh, weil du oben bei mir bist in der, beim Karten-Dingsi. Oh, so wieder Raketen. Oh, so wieder Raketen. Ja, hab ich. Ja, auf dem Turm ist noch einer. Ja, Selina fährt grad den da an Base. Ganz runter an. Okay, ist okay. Ah, Mist, ich bin tot. Ärgerlich. Ja, aber ich hab gar nicht gut eingeklappt, glaub ich. Was war das denn? Ja, wo ist der? Ich hab Sissi. Wo ist Franz? Rosen sind rot. Wo ist Franz? Pfeilchen sind toll. Denke ich, während ich die Treppe runterroll. Oha, hallo, Akos. Wie doof ist der Spruch denn? Der ist ja cool. Hey, Akos. Hey, Akos, was geht? Und dankeschön für dein Zappelbreit im 8. Monat. Dankeschön. Hast du Bock mitzumachen? Oh Gott, das heißt Sniper. Aber wie geil ist das denn? Freue ich mich richtig. Auf jeden Fall ist toll. Jeder andere Worte wäre auch instant bannwürdig. Okay. Hm. Das heißt? Außer du Haribo, bei dir weiß ich, du willst geboren werden. Ich würde dir nur den Karten spielen. Wie so ein Lemming einfach. Der versucht zu sterben einfach immer. Nein, du nicht. Oh Mann. Warum muss ich jetzt kurz an Ausschließlich denken? Ja. Was du mir geschickt hast. What? Dieser Sniper, ey. Was du mir geschickt hast. Halt. Äh. Ja, ich erinnere mich. Äh. Und ich weiß sogar was. Ja, genau. Was von Klippton. Hast du von Ausschließlich? Von Ausschließlich? Von Ausschließlich? Hä? Es gibt dreieinhalb Folgen. Du kennst ausschließlich nicht. Nein. Es gibt dreieinhalb Folgen? Nein. Nein. Es gibt mehr, aber... Ja, ich war gerade zu nacken. Hä? Ausschließlich? Kennst du dich? Die Folge, wo die da irgendwie einkaufen wollten und dann sind sie auf dem Parkplatz eingesperrt? Nee. Ja, da gibt es Ausschließlich. Und dann sind die da. Wir werden sterben und alles. Und Ausschließlich. Heißt das, wir werden alle sterben? Nein, du nicht. Du wirst ausgeschlossen. Du kriegst eine warme Decke, warme Kaka und hier ist der Weg zur Freiheit. Oh Mann. Links kommen zwei durch. Ah. Ja. Ich hab dir gerade den ganzen Glück. Das sind jetzt in der Mitte. Die beiden snipen sind das. Nee, nee. Galen ist noch links hinten. Ah. Okay. Mann. Zipka ist das scheiße. Ich hasse das special. Guck mal, Akos kennt auch ausschließlich. Der kennt eigentlich gar keine Minus. Mann. Ja, aber ich kenn das nicht. Und dann schickst du es einfach Haribo, aber mir nicht. Hä? Das war vor Wundern, vor Jahren. Okay. Oh, oh, oh. Ich glaub, da warst du noch nicht mal. Echt, genau. Ich weiß auch gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, dass er mir das schickt. Weil es wahrscheinlich wieder derselbe Würze ist wie immer. Wahrscheinlich, ja. Als ob. Ich hab wieder versucht Haribo irgendwie auszuschließen und zu sagen, das bist du. Achso. Mann, ich komm einfach nicht damit. Okay, ich spiel auch doof. Nein. Guck mal. Ich dachte, ich kann da durchschleichen. Ja, ja. Mit zwei. Snivy, Snivy, Snivy. Ich hab nur noch ein Snipers da und der Bogen. Ja. Dann hab ich ja wenig. Mann ey. Als ob ich den Bogen nicht bekomme. Gell. Hast halt nicht den Bogen raus. Hast halt nicht den Bogen raus. Hab ich den Bogen raus. Hab ich den Bogen rumgema. Ungelogen. Ich bin jetzt die beste Farbe. Hast du das verloren, ey. Der Fick einfach doof ist. Ja, richtig. Können wir ja gar nicht gewinnen, wenn wir pink haben. Wie sagte schon ein kleines Mädchen, was sich dann mal zur Schule gefahren ist. Rosa ist hässlich. Stopp. Ich hab ja auch Blödsinn erzählt mit der T2 aber. Ja. Ja, stopp. Und ich hab dann den Blödsinn fortgesetzt. Wow. Das war super, super. Ey, Sigrunette war bei uns die ganze Zeit vorhin. Jetzt ist er bei den Gegnern. Oha. Eiskalt verraten. Vielleicht gewinnen wir ja jetzt. Finde ich nicht gut. Ah. Gut, der war nur zwei Runden oder so da. Aber zählt. Und man wird nur zwei Runden ist länger als jeder andere random, ja. Oh, ich vermisse. Ähm. Ja, genau. Zigarette. Ja, genau. Zigarette. Zigarette. Genau. Ich hab keine Ahnung, wie der bisher ist. Nein. Was hieß es nicht eben bei den Gegnern? Ja, genau. Ja, als ob der mich einfach so random kill, ey. Na doch. Auch halt auch mal ein Glücksmoment. Sissi. Flurwitzer. WTF. Was? Da heißt es einer Flurwitzer. Witzer. Okay. Ich verstehe den Witz nicht. War ja auch kein Witz. Das war ein Witzer. Was? Also. Jetzt braucht er mich da drin. Warum hat feindes per seine größere Reichweite zum Blaster? Wollte eigentlich nicht sein. Na, warum euch treffe einfach nicht? Aber die zigunette hat sich zigun, zigunette, keine Ahnung. Das ist ein Scheiß. Mann. Es gibt zigunette. Es gibt zigunette. War mit einem Gesicht. Keine Ahnung, da steht ein Zeichen. Das ist japanische Zeichen. Ja, genau. Ich hab das auch gehabt. Oh, ich hab zigunette. Zigarette erledigt. Und das japanische Zeichen. Ja genau. Ich hab das auch gehabt. Nein. Von rechts. Mann. Schon wieder früher Witzer. Mit der Heldenwaffe. Ach Mann. Vorsicht Sebastian. Haribo. Ja. Das hätte ich ja auch sagen können. Du stirbst. Da gibt es Sebastian. Da war Sebastian. Hast du den? Was? Wo war der Sebastian? Wo war der Sebastian? Vor deiner Nase. Ich hab mich gefragt, wo war der nicht? Also vor mir war kein Sebastian. Ich hab's auch nur Haribo gehört und mehr nicht. Okay, vielleicht auch die Ohren aufmachen... Nur nicht den Mund, bitte. Was? Mist! Nur wegen Cibu Nitte, ey. Denk an, ich muss ein Ticket holen, ne? Mhm. Elwood. Elwood. Wenn man sich Player nennt, aber eine andere Sache nimmt, dann ist das weird. Ja, das ist richtig, dann weiß man direkt, dass es kein Player ist. Ja, einfach nur zu faul über den Namen zu ändern. Ja. Oha, eigentlich hätte ich mich weiterhin Player nennen müssen. Ob es wirklich schon, ja. Okay, Pinsel. Achso, ich dachte schon, da kommt ruhig. Pinsel ist längst. Oder Kalikarp. Ja genau, der überlebt. Cool. Player. Hat er dich auch erledigt? Ja. Wie? Wird recht zu uns. Achso, Raketen. Let's down. Der den Sipcaster, äh, zündet selbst schuld. Ja. Wollen wir jetzt mal überlegen, ich muss noch 150 weitere Siege damit machen. 150, krass. Das ist toll. nominee. A-EOL. He-es. population. số1. Hn. Christopher Diego. kommt auf der rechten seite ist eine habt den bogen noch einer rechts einer ist auf dem turm der sind unsere base kann versuchen da aber okay dass mein kind unterwegs ich hätte sein sportpunkt erst wieder aus der base das ist aber egal einer ist rechts vom traum der bogen aber dabei dann fährt gerade gut die gegnerische bergsa habe ich auch gerade ach so der rennen würde es krass ja ich war auch drüben dann ist er zu mir gekommen und dann bin ich ja trotz hat sich ganz gut aus solide leistungen solide leistung so muss das jetzt läuft es auch also gut zwei stunden kommen schon gut hin hat 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 das dpq formel als ich war ja das wundert mir ich habe das ist peinlich als sind das namen zu haben dann auch noch die kuhform hat mich erledigt ja verständlich ist halt dein endgegner er musste die gleich wohl noch mal lernen damit sie die irgendwann wieder besiegt ja ich habe sie besiegt oder so ist es geländisch richtig ja kaum nein die pq formel auch mein endgegner mann abkürzt hat eigentlich die pq formel der andere also ein rolle ist hat die pq formel dann doch weiß ich gar nicht wie der heißt tschüss Haribo weil nix ist unmöglich oder nirgendwo ähnlich aber ich hab irgendwie so ähnlich keine ahnung der heißt ach so ich dass alle ernsthaft hihihi ja so der heißt irgendwie anders aber ich hab vergessen ok als ob ich niemanden da treffe ich hab die pq formel wir haben uns gegenseitig wir haben uns quasi äh aufgelöst gegenseitig wir haben quasi unsere klammern aufgelöst wir haben quasi den bruch auf ähm äh verkleinert aufgelöst ok mir fällt die tante zu sein was er aufgelöst was war was denn was ach Gott du mein Putsch du mein Putsch hm 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 ja ja schon ja schon ja schon richtig schade Das sage ich auch immer. Takoyaki, ja genau. Das meine ich doch. Ja, die PQ-Formel ist bei uns. Ach ja, schön. Okay. Ja, wir haben jetzt mit Cracodile getauscht. Ja, irgendwie sowas, genau. Aber hey, die PQ-Formel freut sich bei uns zu sein, hat cool gesagt. Ja, du musst Haribo Buja zurück machen. Ich hab's nicht gesehen. Mal Buja zurück, sonst... Okay, warte, wo ist Buja? Da, ne? Boah, egal, du. Freak. Nein, hi, 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 hi. Ja, Mann. Mann, jetzt war ich zu sehr mit Buja finden. Achtung, Kugel. Das ist das, was ich gesehen hab. Hä? Hilfst du nicht bei einer Buja-Kugel mit? Was? Ja, Buja-Kugel. Ich hab keine Buja-Kugel gekriegt. Ich rede gar nicht mit dir. Ich rede mit der Haribo. Weißt du? Weißt du, was? Ja, es hat doch keiner von uns eine Buja. Ja, aber wenn du eine Buja-Kugel zündest, dann drückst du doch auch auf Buja. Ja. Weil du halt Buja suchen musstest. Das war ein Scherz. Achso, ich muss sagen, er hätte mich jetzt nicht überrascht, wenn du Buja suchen müsstest. Hallo. Oh, boy. Mann. Achso, bei einer Buja-Kugel muss man immer Buja-Spammen. Oh. Deswegen. Töte ich niemanden damit. Ja. Aber hier ergibt auch viel mehr Sinn, man möchte doch die Gegner herlocken. Rass. Oh, Mann. Äh, genau. Achso, das ist die Buja-Kugel. Können wir ihn einfach nur Pi-P nennen? Pi-P? Nein, die Buja-Kugel. Ja. Wenn dann den richtigen Namen, ne? Ich finde, wir sollten den Namen mal komplett... Kannst du den Namen jetzt komplett aufsagen? Äh, Minus P durch Q mal draufgeschissen. Achso. Krass. Gut, ne? Also, ich muss sagen, ich habe die echt gute Aufsagen. Besser als bei der Nachhilfe-Kinder. Oh. Wenn das jetzt eines seiner Nachhilfe-Kinder hört, er hat er durch Instagram heulen, ne? Du hast gesagt, es war gut. Ja. Aber ihr bezahlt mich ja auch noch für das zu sagen. Ich fette sie nicht. Nicht gut genug. Ach, Mann. Ich springe zur Pico-Formel. Boah, ich glaube, mit dem Bogen kann ich einfach null umgehen, ey. Warum nimmst du den denn? Ich wollte mal ausprobieren. Jetzt habe ich in zwei Runden lang getestet und irgendwie das Gefühl, ich habe null Gefühl dabei. Wollen wir Lina den Gegner geben? Hallo. Hallo. Was soll das denn? Was soll das denn? Als ob, ey. Ich vermisse Pico. Oha. Dich nicht. Hallo. Ich auch nicht. Ich nehme mich gleich zur Pico-Formel, ey. Was ist seine Lieblingsformel, Haribo? Oha. Jetzt mal den Bogenbein. Hallo. Hallo. Mann. Nicht mehr runter. Ah, hi. Hände mir. Hab ich noch gesehen. Oh, shit. Oh, lol. OG Black. Kass. Was? Ich habe mich gegenseitig eliminiert. Was? 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 Ich habe mich in Haft von You. Und, ich sage ich für Dein Volkert sich willkommen. Was geht? Mane steht vor mir nicht. Da kommt einer rüber? Oder auch nicht. Nee, der kommt nicht rüber. Da hat sich mit dem Hai vorm Gitter runtergestoßen. gedacht obwohl er kann einfach fliegen oder so nämlich okay ich glaube ich kann einfach generell nichts mehr egal mit welcher waffe das ist belastend finde ich auch spielen richtig einfach nicht rein springen nein bombe nein ich kann noch nicht machen man nicht so und die müssen gleich mal gucken wie viele Punkte und so weit dann gemacht hat der war gerade in der tinte die ganze zeit in unserer tinte der base hat er sich die ganze zeit versteckt ja das wird einiges erklären was ist denn so los warum spielen einfach so viele ja mal gucken erst gucken dann meckern erst gucken und dann viele korrekte leute da waren aber die meisten wenn du mit csc gespielt das hatte man das gefühl dass der spiel als fünf ja ich werde nicht sagen aber das bg heißt wenn ich die aber bg ist der große bruder das ist der clip wieder eingespielt wurde ja genau ich muss sagen das war schon ein bisschen unangenehm wie laut ich da war 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 da nicht gesagt ich mag dich nicht mehr gut dass ich nicht mehr so laut es x Mai es geregelt hey wir au ha hier warum geht er nicht kaputt ich habe keine ahnung ich habe auch fünf mal getroffen glaube ich bis der mal kaputt gegangen ist furchtbar was sind deine dinge was macht der sniper denn hier eine ahnung soll ich weil es ergeht nur ich habe ich habe gerade vor mein rolle ins gesicht auf dem hintergrund aber einmal in einer versicht ich würde ja sagen war geplant oder so ja ja wo ist denn der bogen wahrscheinlich irgendwo unten ja der ist bei uns der bogen ist tot ich sehe schon verwenden gleich kommt das museum wieder ja ich habe nachgeguckt ich habe heute schon gesagt